Hallo, hier ist noch gut von mir seit 86. Herzlich willkommen zu Pokémon Schwert Part 11. Alles klar. Ich möchte noch mal zum letzten Mal was abziehen davor, wo ich mich hier erledigt habe. Gut gemacht. Ja, finde ich ja dann nicht viel. Du bist mal ein Bullpicks. So, dann einäschern. Ah ja, bin ich paralysiert. Schön. Kleine, miese Ratte. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Und flücher Flücher hier und hier und Oh ja... Oh ja... Jetzt... Mal ruhig... Ja ja, nicht die Brenn... Pixar und das... Bars... Weg... 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 Ah... Ach, ich hab heute... und nervt mich mit deiner scheiß paralysieren jungen nervt mich doch nicht alter dein scheiß hier ciao ah ja toll abilität schön für dich junge aquawelle getroffen und das war's so noch ein treffer und ich hab dich so noch einmal aquawelle oh mann so das war's so 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 und und so 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 ja krepp 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 hat sich zu einem krepp entwickelt verschwind bloß alter was kommst du schon wieder geh doch mal weg jetzt alte ernst geh doch mal weg jetzt ja komm schön für dich schneller wenn ich bitten darf oh 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 so Oh, das ist... Nein! Ah, ja, okay. Hm... So, es war unten weg damit so. Dann hab ich mir jetzt Fliegen beigebracht. Damit kann man einfach wohl endlich fliegen. Und jetzt. Heim. So. 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 Das ist 5 total. so dann haben wir jetzt das auch geschafft haben wir es schon, danke, weg das verkauft anscheinend nicht nur scheiß Dreck an, oder? gut, dann bin ich jetzt hier, wir sehen uns morgen wieder, gute Nacht